Der große Sat.1-Film sehen Sie als Weltpremiere, eine Eigenproduktion der Extraklasse. Erleben Sie einen Mann, der ein bisschen so aussieht wie Billy Crystal und eine Frau, die nach zwei chirurgischen Operationen jetzt aber echt was so süß ist wie McRoyne. Oh! Ja! 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 Und den Orgasmus, was genauso gut vortäuscht. Harald und Ellie. Der große Sat.1-Film. Jeden Donnerstag.